Hallo Leute, in diesem Video seht ihr das Unboxing von den Beats bei Dr. Dre Studio Kopfhörern in Grün. Ja, wie schon erwähnt, in diesem Video gibt es das Unboxing von den Beats bei Dr. Dre Studio in Grün. Die war bei Mediamarkt im Angebot für 177 Euro, deswegen dachte ich mir schlage ich zu, denn bei Amazon, wie ihr seht, kostet das Ganze 270 Euro. Deswegen 100 Euro gespart, deswegen habe ich zugeschlagen. Ja, hier haben wir die Box stehen. Wir haben hier auf der Vorderseite von der Box die Kopfhörer einmal an der Seite. Haben wir dann auch nochmal die Kopfhörer mit ein paar Informationen noch zu den Kopfhörern. Auf der Rückseite haben wir dann nochmal den Aufbau der Kopfhörer, noch ein paar Informationen. Und da unten sehen wir, was im Lieferumfang ist. An der Seite nochmal ein paar Informationen und das Gesicht von Dr. Dre und unten auch nochmal Informationen. Fangen wir an mit dem Auspacken. Wir haben eine Folie wie beim iPhone oder iPad außenrum, die müssen wir da natürlich abmachen. Jetzt müssen wir das schwarze Ding hier außenrum abziehen von dem eigentlichen Karton. Und da haben wir dann auch einen wunderschönen grünen Karton. Wunderbar mit grünem Beats-Logo in der Mitte. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt auf dem Bild seht. Auf jeden Fall sehe ich das hier. Wir haben an der Seite einen schwarzen Tab mit Magneten, das wir dann hier so wunderbar aufmachen können. Und schauen wir uns da mal an, was sich da im Lieferumfang befindet. Wir haben hier auf der linken Seite ein kleines Fach, wo ein paar Kabel drin sind. Wir haben hier ein weißes Kabel, passend zu den Kopfhörern. Das ist nur das Kabel. Wir haben nochmal ein schwarzes Kabel mit Play-Pause-Taste und Mikrofon fürs iPhone und Telefonieren und so weiter. Dann haben wir einmal einen Adapter fürs Flugzeug, damit wir das im Flugzeug anschließen können. Wir haben zwei AAA-Batterien für die Kopfhörer. Die funktionieren leider nicht ohne Batterien. Und wir haben einen Adapter für Stereo-Anlagen, Mischpulte und so weiter. Zu guter Letzt haben wir da nochmal ein kleines Booklet drin. Wenn wir das aufmachen, haben wir einmal Anleitungen, Putztücher drin und so weiter. Hier ist Putztuch. Garantiebestimmungen. Produktkatalog von Monster. Und eine Anleitung für Kopfhörer, die wir wahrscheinlich eh nicht brauchen werden. So, war es das? Nein, wir haben da rechts auch noch was drin. Ein Sticker und nochmal irgendwas Garantiemäßiges. So, das war es hier links mit dem Karton. Schauen wir mal, was sich hier rechts befindet. Da haben wir einmal eine Box, eine Tragetasche. Wirklich sehr hart. Sind die Kopfhörer wirklich sicher drin? Können wir hier aufmachen. Und dann haben wir da wunderbar die grünen Beat Studio Kopfhörer präsentiert. Die nehme ich jetzt mal raus. Schauen wir uns mal die Innenseite an. Wirklich wunderschön in weiß. Wir haben da Taschen drin für die Kabel, falls wir die extra Kabel mitnehmen wollen. Und soviel zu dieser Tasche. Ja, hier haben wir die Kopfhörer auch nochmal schick in Folie eingepackt. Damit dann nichts passiert. Können die da auch mal wieder rausnehmen. Auseinander klappen. Und da haben wir die wunderschönen grünen Beat Studio Kopfhörer. Ich finde, die sehen einfach super aus mit dem Grün und mit dem Weiß. Vom Design her finde ich die Beats Kopfhörer wirklich sehr, sehr geil. Da haben wir noch mal einen Plastikstreifen. Wie man die Batterien einsetzt. Und ja, wir schauen uns einfach mal vom Nahen an. Damit ihr mal seht, wie die grünen aussehen. Wirklich super schick. Ich habe mir die Beats nicht gekauft, weil die den besten Sound haben. Sondern weil die einfach schick sind. Und den Sound haben, der wirklich okay ist. Es wird viel Schlechtes geredet. Über Beats. Mir egal. Ich finde, die sehen super aus. Und das reicht mir. Ich habe schon mal ein Video zu anderen Beats Kopfhörern gemacht. Den Beats Executive Kopfhörern. Die waren aus Aluminium und in Silber. Falls ihr das Video anschauen wollt, schaut in die Beschreibung. Da ist ein Link zu dem Video. Ja, hier sehen wir noch mal den Lieferumfang. Und ja, das war es dann mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben wäre wirklich super. Da unten könnt ihr auf Abonnieren klicken, um kein Video mehr von mir zu verpassen. Es sind noch Links zu Amazon und zur Beats Seite in der Beschreibung. Könnt ihr euch auch mal die anderen Kopfhörer anschauen. Und damit danke ich mich fürs Zuschauen. Ich sitze jetzt hier weiter in Spanien. Genieße meinen Urlaub. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.